Ja, Oberamtsrat Alfred Klausen? Morgens, Alfred. Nervies. Ja gut, Freitag ist ja immer gut. Also nicht so gut wie Samstag, aber besser als Mittwoch. Gertrud und ich, wir wollen heut zum Baggersee. Habt ihr nicht Lust mitzukommen? Äh, wann denn? Du, direkt nach Feierabend, 11.30 Uhr. Ja, also eigentlich ne gute Idee, aber... Äh, was aber? Doch, doch, wir sind dabei. Wobei, ähm... Wobei was? Das Schönste am See ist ja ein Picknick. Ja, absolut. Na, wo kriegen wir denn so schnell was Leckeres zu essen her? Gertrud macht ihren veganen Nudelsalat. Äh, eben. Äh, wie eben? Ich hatte das befürchtet. Ich mein, nicht nur die Böden sind grad ziemlich trocken. Auch Gertruds vegane Küche fällt in die Kategorie leicht entzündlich. Äh, was? Ja, ganz ehrlich, aber den Nudelsalat vom letzten Mal konntest du locker als Holzkohlebrikettersatz nehmen. Ihr seid ja nicht gezwungen, es mitzuessen. Ich ruf Ella mal grad an. Vielleicht kann die ja noch spontan was zaubern. Unverschämt. Äh, hallo Süße, äh, du, die Baumanns wollen mit uns an den Baggersee. Kannst du schnell nochmal die Küche anschmeißen? Ja. Ha, super, ja. Äh, pass auf. Hackbällchen, Speckkartoffelsalat, Pizzaschnecken Hawaii und gerne noch selbstgemachte Windbeutel. Super. Ah, ich dich auch. Tschüss. Was soll Ella alles noch machen? Das ist nur die Snack-Variante. Sie ist Profi. Das hat sie in 30 Minuten am Start. Drängendes Obermachokäffchen. Bingo. Buchstaben. Ich bin ein Spain-Variante. Und michi. Ich bin Schnee. Ich bin ein veya Tel н